und damit hallo und willkommen die nachfrage der vergangenen tage zeigt mir ihr seid heiß auf tutorials im bereich kodi und ich dachte mir da bringe ich euch doch glatt noch was was ja vielleicht einige von euch noch nicht kennen und was ich extrem feiere und zwar geht es heute um die möglichkeit kodi fernzusteuern und das ganze am besten möglichst komfortabel und möglichst ja von einem smartphone aus weil wir da eigentlich die bestmögliche bedienmöglichkeit haben und da habe ich was gefunden und das möchte ich euch natürlich zeigen kodi ist gestartet und bevor wir jetzt tatsächlich mit dem ganzen smartphone zeug und so weiter loslegen müssen wir im kodi kurz ein bisschen was vorbereiten dazu gehe ich hier mal kurz in die einstellungen zack unter optionen da dann im bereich dienste und hier müssen wir zunächst die möglichkeit aktivieren kodi fernzusteuern das heißt hier unter dem punkt fernbedienung den haken setzen dass wir die fernsteuerung durch programme auf anderen rechnern zulassen und den webserver aktivieren das heißt steuerung über http erlauben den port könnt ihr frei wählen wichtig ist merkt euch was ihr hier eintragt so um das ganze einrichtungsprozedere und so weiter ein wenig zu vereinfachen moment oh mein gott jetzt bin ich ja einmal zurückgegangen das sollte nicht passieren bietet es sich an hier im bereich zero konf noch den haken zu setzen bei verfügbare dienste anderen systemen melden und ja für die ganze streaming funktionalität später ist es auch sinnvoll upnp zu aktivieren also hier im endeffekt den haken bibliothek freigeben bibliotheks aktualisierung bekannt geben und die fernsteuerung über upnp erlauben so ist das alles geschehen können wir uns direkt dem smartphone wenden leider also beziehungsweise nicht leider ich weiß hundertprozentig dass es das ganze für android gibt wie es bei ios aussieht kann ich nicht sagen ich habe mal ein bisschen geguckt es gibt wohl ähnliche apps für ios allerdings heißen die dann eben nicht so so worum geht es jetzt ich befinde mich jetzt hier mit meinem mobiltelefon im google play store und habe nach einer app namens jazzi gesucht und bekomme hier gleich diverse angebote und ja wie man sich fast denken kann dass ja als allererst dargestellte ist es natürlich und wenn man das ganze dann quasi installiert und so weiter kann man das dann auch direkt öffnen bevor wir den play store verlassen möchte ich nur noch kurz ein paar zusätzliche sachen zeigen wir sehen jetzt hier unten ebenfalls vom entwickler tollrich einige ja anwendungen die ebenfalls irgendwie sowas damit zu tun haben könnten und zwar sind das plugins für die app so und die ermöglichen zusätzliche features wie zum beispiel jazzi core plugin wenn wir da mal kurz reingehen gut sehen wir jetzt insgesamt nicht viel aber das ermöglicht zum beispiel reaktionen auf eingehende anrufe das heißt wenn ja ihren film guckt und euer telefon fängt an zu klingeln dann kann man einstellen dass der film automatisch pausiert wird und sobald das gespräch beendet wird dass der film dann automatisch fortgesetzt wird und das ist auf jeden fall eine ziemlich coole geschichte des weiteren sehr hilfreich ist das jazzi notification plugin das ermöglicht im endeffekt ja benachrichtigungen von diversen apps an euer jazzi weiterzugeben das heißt euer handy liegt auf dem tisch ihr gucken film und es kommt eine whatsapp oder was auch immer dann könnt ihr euch diese quasi in der unteren rechten ecke anzeigen lassen ist natürlich nichts für leute die irgendwelche parallel beziehungen führen also vorsicht ne spaß beiseite aber eine sehr coole sache und meiner meinung nach echt hilfreich so ja ich würde sagen das ganze dann installiert öffnen wir das ganze mal eben und ja so sieht das ganze dann im endeffekt aus und wenn wir jetzt hier oben im bereich mal auf diese drei striche klicken haben wir jetzt hier ich habe das bereits eingerichtet aus folgendem grund ihr habt der scan vorgang was die bibliothek übertragung angeht dauert tatsächlich ein wenig und das wollte ich euch jetzt einfach ersparen deswegen habe ich das schon gemacht aber ich zeige euch dann noch wie es geht einmal in die einstellungen und hier habt ihr einen punkt host verwalten so da einfach mal draufklicken und jetzt sehen wir hier schon mein kodi eingerichtet mit einem klick hier unten auf das plus könnt ihr jetzt ein xbmc schrägstrich kodi auswählen und hier wird das dann auch entsprechend aufgeführt für den fall dass das bei euch hier nicht steht könnt ihr das auch manuell hinzufügen indem ihr hier einfach hostname oder ip-adresse eingebt und dann hier entsprechend den port den ihr im kodi unter der konfiguration webserver eingetragen haben so gucken wir uns das ganze jetzt mal an ja ich möchte das bitte abbrechen und wieder ins hauptmenü zurück und ja was können wir jetzt hier machen also zunächst ist es nicht sonderlich spektakulär ich blende jetzt hier mal beides parallel irgendwie ein genau und jetzt können wir hier mit klicks auf die entsprechenden pfeile uns erstmal im kodi navigieren gut das ist jetzt nicht so der wahnsinn läuft aber meiner meinung nach deutlich flüssiger als per cec mit der normalen fernsehtaste tastatur fernbedienung nicht ganz so flüssig wie mit dem controller vom nvidia shield android tv zum beispiel aber das ist ja erstmal egal so mit einem klick hier auf die mitte können wir dann ganz einfach auch das ganze bestätigen und wenn wir dann quasi in irgendeinem menü sind moment machen wir noch mal können wir auch mit einem klick hier oben auf das home zum beispiel wieder zum hauptbildschirm zurückkehren so das ist jetzt an sich schon mal ziemlich cool allerdings noch nicht so der knaller der kommt jetzt noch nicht aber später aber ein weiteres cooles feature ist wenn wir hier oben mal auf diese striche klicken sehen wir jetzt hier quasi ja teile unserer bibliothek dargestellt wie zum beispiel filme serien musik und pvr und wenn wir hier zum beispiel einfach mal auf pvr gehen das ist ja jetzt so der klassiker der da momentan so läuft können wir jetzt hier die sender sehen die wir im kodi eingerichtet haben zum beispiel sehen wir dann auch was jetzt hier aktuell gerade läuft ztm ztf em live zum beispiel und wenn wir da einmal drauf drücken sehen wir dann hier auch das entsprechend hinterlegte epg und mit einem klick hier oben auf play wird das ganze dann auch direkt wiedergegeben hier im hauptmenü können wir das ganze dann mittels stop einfach wieder stoppen und genauso funktioniert das natürlich auch für hinterlegte medien wie zum beispiel filme und serien gehen wir da mal kurz rein sehen wir jetzt hier so eine kleine übersicht können uns dann jetzt hier aber auch durch die einzelnen serien durch navigieren ja und wenn man jetzt hier dann irgendeine serie hat sehen wir dann hier die entsprechenden staffeln die folgen und können diese dann quasi auch direkt wieder geben mit einem klick auf diesem play button hier abspielen oder halt quasi in die warteschlange so des weiteren ein cooles feature sämtliche inhalte die wir im kodi hinterlegt haben können wir uns auch problemlos auf unser gerät laden je nach anbindung dauert das ein bisschen und kann dann quasi offline auf dem entsprechenden smartphone geschaut werden auch eine ziemlich coole geschichte so gehen wir mal zurück und kommen zu einem weiteren ziemlich coolen feature wir haben eine tastatur dabei das heißt wenn wir mal irgendwann wieder in die bredouille kommen dass wir hier irgendwas eingeben müssen dann können wir problemlos diese tastatur nutzen und müssen uns nicht mit irgendeiner fernbedienung oder dem controller oder wir auch immer da ja ein abbrechen meiner meinung nach ziemlich toll so und wenn ihr denkt das ist jetzt schon übelster knaller gebe ich euch recht ist es definitiv aber es geht noch weiter und zwar wenn wir uns jetzt in einer anderen app befinden wie zum beispiel ja der youtube app des smartphones und uns jetzt hier irgendein video rausgesucht haben ich habe jetzt hier mal exemplarisch die folge eins meines ambilight projekts rausgesucht können wir nun mittels diesem file hier oben also dem normalen teilen button das ganze quasi im media center abspielen lassen und dann läuft das entsprechend los und das ist definitiv ein feature wo ich sage mensch das macht auf jeden fall sinn und dieses ganze konzept ist ja sehr durchdacht und läuft meiner meinung nach auch sehr stabil dazu die möglichkeit mit den plugins irgendwelche nachrichten direkt an scody zu übermitteln und so weiter läuft auch sehr gut und wenn man dann ein bisschen tiefer in der ganzen materie drin steckt gibt es sogar die möglichkeit sprachbefehle zu übertragen allerdings habe ich mich damit noch nicht auseinander gesetzt und auch noch nicht wirklich erfahrungen gesammelt was damit jetzt tatsächlich geht aber vielleicht werde ich das in zukunft tun und dann dazu noch ein entsprechendes video bringen so und das soll es an der stelle auch erst mal gewesen sein zur app vorstellung jazzy kodi remote control über feedback in form von daumen nach oben und unten würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen und abonniert doch den kanal falls ihr das noch nicht getan habt und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten video ich bin der dicke bis dahin und dann sehen wir uns beim nächsten video ich bin der dicke bis dahin